Na, Heinzi, ich bin erstaunt über deine lockere Sichtweise plötzlich. Weil früher hast du das ja alles ein bisschen anders gesehen. Da hättest du das nicht mal eben so gemacht. Einfach so. Aber, Heinz, das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. Ich kann dir da nicht reinreden. Das musst du ganz alleine entscheiden. Nee, ich rede mit mir. Wieso soll ich mit einem darüber reden? Aber wenn das einer gesehen hätte von den anderen? Der hätte das der Gitti erzählt. Also sei mal ein bisschen vorsichtig. Wenn ich das jetzt nicht durch Zufall online gewesen wäre, Heinz, hätte ich das nicht gesehen. Ja, den Mitschnitt da. Die Schmonzette. Also pass ein bisschen auf, Heinzi. Gut, das war es jetzt erstmal. Wie geht es der Gitti überhaupt? Wie lange ist sie denn eigentlich noch weg? Triffst du dich nochmal mit Clarissa? Ja.